Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Also gut, wir müssen darauf warten, dass man, äh, bis der Tempe sich wieder auffüllt mit Motten oder irgendwie sowas. Und wir brauchen Öl. Öl habe ich jetzt rausgefunden, gibt es hier in der Motta-Bucht oder in Ingelluk, was mich gerade voll abnervt, weil das soll irgendwo ein Händler sein, der wo das auch verkauft. Ha, man kann es auch selber produzieren. Nein, hör auf. Böse, nicht machen. Aber für selber produzieren habe ich, wenn ich ehrlich bin, gerade kein Nerf, ey. Da muss ich erst dann die Farben aufbauen, dann muss ich die Viecher finden und dann, etc., etc. So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir zur Mocha-Bay kommen und hier ist der fucking Fluss, wo ich wahrscheinlich nicht drüber komme, oder? Los, spring! Nein, 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 ich habe es auch. Ja, geschafft. Düssternis, weiche von uns. Abracadabra. Simsalab-Pim. So, warte. Hammer, Hammer. Das ist der Hammer, das ist der Hammer. Oh, da ist eine Trüge. Cool. Shampoo. Kopftuch. Wow. Äh. Ist hier wieder irgendwo ein Buch versteckt? Das war immer ganz witzig. Oh, da. Das sind die Überreste eines Taggibuchs. Ne, man hat mir die königliche Familie gesehen, seit sich die Verbreitung der Düsternis verlangsam hat. Und um das unschuldige Kind fürchte ich am meisten. Oh, ich weiß schon. Meiner ist das Kind der Königsfamilie. Was für ein Plotwist. Ui. Hä, hä, hä. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Scheiße. Und ich glaube, ich hätte auch nicht über den Fluss müssen. Doppelt scheiße. Wer hat mir gesagt, dass ich über den Fluss muss? Wow. Orientierung, Alter. Wie ein... Wie ein 100-Jähriger. Der nichts mehr sieht und nur ein Bein hat. Und drei Arme. Ja, ich habe drei Arme gesagt. Das war einfach nur... Ähm. Ist das irgendwo eine Höhle, oder? Da. Sesam öffne, bitch. Ja, geil. Noch mehr Wasser. Ist echt super, wenn man nicht so dumm zu beschwimmen wird. Ja, was habe ich bekommen? Ich habe es vergessen. Äh, nicht gesehen. Vergessen, ja. Ich habe es gerade erst aufgemacht. Äh, da. Ein bisschen was müssen wir ab und zu dann doch mitnehmen, weil ich befürchte einfach dann, wenn ich was brauche, dann habe ich es nicht mehr. Aber im Leben ist es nicht so... Ja, klar. Fang doch jetzt Schütten an. Boah, Alter. Was zur Hölle geht ab, ey? Ich vertraue dir nicht. Du bist ständig überall da, wo ich bin. Das Ding ist cool. Ich finde das Schwein geil. Was ist mir über das Schwein zu erzählen? Blumenschweinchen können nicht zitternd, um sich zu wärmen. Hä? Hä? Alles klar. Es mag sich vielleicht dumm anhören, aber zitternd wir, wenn es uns zu kalt ist. Und es wärmt uns. Ist mir neu. Habe ich noch nie gehört, muss ich zugeben. Hä? Was habe ich hier erfüllt? Was? Hä? Was? Alles klar. Hä? Man, wo ist hier der Traitor, Mann? Traitor. Da oben. Öl, 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 Öl. Der hat acht davon. Ich nehm acht. Wieviel brauche ich eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Was bekommst du dafür? Ähm. Nein. Nein. Schampus sind nix wert. Das sind zwei so dämliche Prinzessinnenfische. Hä? Habe ich das nicht gerade an? Das ist 270. Ja klar, Alter. Ich schenke dir das. Uh. Kräuter. Passt. Der braucht schon Kräuter. Öl. Öl. Endlich. Was zur Hölle? Wie viele verdammte Aufgaben habe ich? Mario, bis der Tempel blüht. Arcadia ist. Ich muss Feuerwasser fertigen, um einen Weg nach Atmos. Arcadia zu erleuchten. Jetzt ist halt die verdammte Frage. Wo muss ich nochmal hin? Da oben. Aber warte, was hatte der für eine Aufgabe? Shit. Dann können wir uns nach oben porten. Warte, warte. Jetzt stellen wir erstmal Feuerwasser her. Feuerwasser. Feuer. Da. Ein Brauerset? Wo kommt denn jetzt? Und ein Tontopf? Kohle habe ich genug. Holz habe ich genug. Öl habe ich acht. Brauerset. Verdammt. Hast du Penner ein Brauerset für mich, Mann? Bin ich schon wieder da? Oder kann ich das selber bauen? Äh. Zack. Schweiner-Set. Konstrukteur-Set. Oh fuck. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, bist du ein Brauer? Na, wenn ich dir das Kommen beibringen soll, brauche ich diese Zutaten. Was für Zutaten? Keine Ahnung. Mir egal. Äh. Verdammt, ey. Ein Brauerset. Wo finde ich jetzt hier einen Brauer? Das muss ich nachschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut, Mann. Wieso will ich mich jetzt verabschieden, Mann? Bis gleich. So rum. Okay, da sind wir wieder. Scheinbar müssen wir den Typen hier seine Zutaten, glaube ich, erst bringen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder? Nee. Reißen da? Nee, scheiße, dass es dann kocht, ne? Verdammt. Hallo, gib mir Wasser. Eins. Äh, was bekommst du dafür? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, mein Ton kriegst du nicht. Verpiss dich. Oh, warte, der Scheiß ist. Sehen wert. Ja, hopp, hau her. Hey, komm, wir hier. We to one. Sehr gut, du hast alles. Okay, bring mir diese Butterbeerenblume zur Frühstunde und machen Mehl. Exzellent. Ich benutze jetzt deinen Kochset und mische das. Oh, verdammte Scheiße. Okay, es ist das Kochding. Hurra. Wir können kochen. Yeah. War ja auch wegzulaufen. Maraviloso, wabbelhaft. Hm, ein Brot schmeckt. Merto bom, sehr gut. Wir kommen in der Kochgilde. Ich bin hier, nimm dieses Rezept für euch kochen, reißen de. Wow, toll. Dankeschön, dass ich jetzt in der Kochgilde bin. Irgendwas mit Blueberries soll ich, glaube ich, machen. Ich habe irgendwas gelesen mit Blueberries. Sonnenbrillen. Schreiner, irgendwas. Material für Kleidung. Das ist das Schneiderzeug. Geisterfisch, ein Dörfliegen, ein Dörffeind nach. Steinbogen, Steinsäule. Ja, ihr mich auch. Leuchtet nicht. Kochgilde Meister, Konstrukteurgilde Meister. Heute und Handeln. Okay. Okay. Jetzt gehen wir erst mal zu dem dünnen Kopf da. Mal schauen Was ist jetzt los Alter Seid ihr bescheuert Alter, wie die hier rumkrähen Da ist ein Rabe, Mann Oder ein Foto Hier schaut es aus, wenn es schneien würde Oh, da kacken gerade die Vögel vom Dach Alter So, was willst du? Mehrmache, ich sehe deine Fähigkeit Arbeiten, bringe was Etwas im Wasser lebt an Land Hä? Fange einen Fisch mit über 22 Geh zurück zum Stein der Weiße Äh Na super Abwärts bitte Über 22 Ja, keine Ahnung Wir gehen jetzt einfach mal angeln Yeah, angeln Immer geil und spannend Oh ja, der schaut gut aus Komm, fass Das ist keine Chance, komm schon Ergib dich Ergib dich Ich weiß, dass das mit der Maus auch geht Alter, ist das viel geiler Ähm Was, 16 86 bloß Seid ihr bescheuert Ich brauche 22, Mann Ich brauche einen Hai Oder so Ja, du bringst mir schon mal gar nichts Dippfisch, Alter Den Dippfisch kannst du dir wohin stecken, ey Oh ja, du schaust gut aus Uh, du schaust sehr gut aus Aber wollen dann raus, jetzt stelle ich mir zu an Boah 38 38 Warte, komm ich da auch rechts rum Nein Die haben schon hier so extra alles gebaut, dass du mal außen rumlaufen musst Aber das hat auch sehr gut funktioniert Vielleicht wird mir ja einen Ingelook dann den Das ist diese Eiswelt, den Brauer oder Breuer oder ach, was weiß ich was Diese Blumenschweide sind einfach zu geil Ja, Gott, Schnauze, auf damit Geht jetzt ein bisschen schneller hier Ich muss zu denen in der Eiswelt oben Komm rein da Hä Oh, der da hinten Ey, Frosty, Schneemann Frosty, der Schneemann So muss ich erst der verdammten Brauereigilde beitreten, nur damit ich Nur damit ich dieses Scheißzeug machen kann Schweinerei Hey Hey, ihr dicken Hündchen Was ist das hier? Warum ist hier ein großes Ausrufezeichen? Ist das Wasser? Oh, ich sollte vielleicht da Ups Die stellen sich aber auf der Karte ja auch nicht, was bringt mir der ganze Scheiß? Ah, Wegpunkt entfernen, so Was war jetzt hier? Zinderon Konstrukteur ist hier Schreiner Gildenmeister Springmoor Da unten ist der Schneider Hier ist der Koch Abrakam Bastlerheim Ja, könnt schon da oben, dass da oben der Brauer ist, ne? Ach stimmt, Ingelluk ist ja Warte, ist das hier eine Höhle? Weil hier eine Aufgabe war? Nein Ein Berg, der mich verarscht Und legen Lämm Was ist hier? Oh, kann ich hier eine Farm aufmachen? Bitte sag ja Ein Zitterhof Ja hopp, mach Geil, Alter Ich mein, ich baue die nicht auf Für mich sind das einfach nur Teleportsteine Aber okay Vor allem, ich bin immer noch beeindruckt Wie viel Zeug der aus Ein bisschen Holz und Lianen baut Nicht schlecht, ne? Alter, wie es hier knackst und knistert Achso, das ist die Angel, was da gerade so rumspackt Weil ich mich jetzt gewonnen hab, was da Nein, ich darf saufen Warte, bist du der Braumeister? Ich hab nämlich die Aufgabe, wenn ich die ignoriert hab, Alter Ach nein, das ist der andere Spacko Na, hallo du Na, zu Na, mein heißes Getränk Hier kann es recht kalt werden Boah, wie verschlagen Ihr halt dabei schaut, wer noch das sagt, ne? Und ich hab auch was in der Hose für dich Nein, schmarr Nachdem der Blitz das Boot getroffen hat Kann ich mich an nichts mehr erinnern Die Brauer haben mich gefunden Ja, ich bin bei den Brauern Und aufgenommen Hier ist es fantastisch Sie arbeiten hart, aber sie feiern auch gerne Nur cool Er farbenfreundlich Aber er meint es gut Wie schön, dass Käpt'n Dullin nach uns gefragt hat Ey, Pullin Sag dem bitte, dass ich hier sehr glücklich bin Und komm jederzeit vorbei, wenn du dich entspannen wirst Komm, das war doch jetzt auch wieder ein Angebot Und du wirst mir jetzt erzählen, dass du Öl hast, du Arsch Ey, Tatsache Tatsache, ne? Wow Wow Da ist ja nur einer, super Aber die haben Öl Und ich, Idiot, habe ich das letzte Mal mitbekommen oder nicht gesehen Hallo, alter Sack Hallo, Mann, weißt du, wen du vor dir hast? Keine Ahnung, Käpt'n Karacho Du sprichst mit dem Erdwerb, ein Kuh, der Farbenfrau Oh ja, fuck, ich sehe gerade deine Socken Da unten Schaut mal hin Wer zieht sowas an? Und du hast den Kleid an Äh Meister, der Feuerwerke und schellen deine Farben Und Anführer der Brauergilde Ja, hopp, hau rein Kuh, der Farbenfrau, ich sehe dir an, dass du der Brauergilde beitreten willst Sag nichts, ich sehe es in einem Blick Eine Reise beginnt, ist einfach Eine Reise beenden, nicht zu sehr Bring mir zunächst vier Celi-Blumen und viermal Blaubeeren Kuh, der Farbenfrau ist fertig Ich hab kein Blaubeeren, ne? Verdammt Ey, verkauf mir Blaubeeren, ja? Sonst gibt's Dresche Hast du Blaubeeren? Alter, der hat ja tatsächlich Blaubeeren Ich nehm drei Ich nehm das Öl Und ich nehm den Tontopf Ähm Dafür haben kannst du Mein Finger Nein, ich mach Äh Die kannst du beide haben Das kannst du noch haben Ohja, den und den Die Fische behalten wir mal Wer weiß für was Genau, die Bündelstöcke kann ich vorhaben 53, fehlt immer noch was Mann, Mann, Mann Oh, da einen Spitzenfisch kannst du noch haben Sehr schön Handeln, los Danke Ja, Farbenfrau Oh Sieh dein Gesicht an, dass du alles hast Nimm nun diesen Tontopf Und Rezept für Farbenfrau Farbstoff Blau Und Brauer Set Wenn du Farbstoff Blau gemacht hast Äh Ich glaub, den hab ich schon längst Nein, Blau ist Feuer Viel Spaß Komm zurück, wenn du das Feuer weggezündet hast Äh Ist das Blau? Ne, das ist Blau Äh Wow, was? Äh Geh, nimm auf What? Das ist ja cool Aber wie du halt ne kleine Kanone dabei hast, Mann Ah, erlebe die Wunde der Brauergilde Ja, Schnauze Ich muss jetzt hier Farbstoff-Sparzeug bekommen Ist doch mir alles scheißegal, Mann Ich will eigentlich nur Brauer Set Eins Zwei Drei Vier Fünf Fünf Seben Acht Eins Zwei Drei Fünf Sechs Sieben Kann ich ein Toddorf selber bauen? Scheinbar nicht Schneider hab ich noch nie Brauer Bastel hab ich auch noch nie Konstrukteur Fehlt Äh, hab ich auch schon Der Goch Oh, ich kann da Öl aus Dipfisch herstellen Jetzt mittlerweile Ah So, jetzt hab ich die dämlichen Halt, warte Äh Muss ich hier oben auswählen, ne? Hä? Okay, muss ich doch nicht So, warte, halt, nein Wir müssen die Treppe in der Mitte nehmen Boah, dass der das Toteneis anzeigen muss, Nerv Juhu, ich kann jetzt Shampoo herstellen Fuck you Man findet den ganzen Dreck in der ganzen Pampa In den guten Kisten, was man freispielt Oh, dann schicken die das einem Ah Wow Wow What the fuck Klar, übertreib's halt Hop, hau raus Boah, der sitzt da oben, ne? Reicht eigentlich ein Feuerwasser für alles? Wenn ja, dann Fick dich Fick dich, Spiel Da ist mein Hof Ja, okay Okay, ich hätte auch außen rumlaufen können Äh Oh, kann ich wegdrehen? Aus der Bahn Ich muss hier durch Weischt, nächstes Jahr gut da hinten Ja, klar, da hinten muss ich jetzt auch noch Voll die Laserstrahlen Wollen wir jetzt da runter, oder? Sehr gut, sehr gut Und da drin wird es dann heißen, sie müssen 10 Tage warten Kommt mal auf da, ich brauch mal ein Eis Niemand stellt sich mir nicht weg Oh, 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 oh Kann ich nicht Wie halt auch voll der Wind durchgeht Warte, warte, warte Kann ich die fällen? Oh, langweilig Oh, das haben sie schön gemacht Das sind so Momente, wo ich mir denke, das Spiel ist dann doch ganz schön Auch wenn es ein bisschen Ja, man könnte sagen, fast ein bisschen zu ruhig ist Oh, hey, ein Mensch Auf der Suche nach einem Stück Arcadia-Eis Viel Glück Das Arcadia-Eis ist von gewöhnlichem Eis eingeschlossen Obwohl, jetzt, wo du sagst, vor langer Zeit haben die Menschen einen Weg gefunden Aber ich weiß nicht mehr welchen Dass es mir in den Ohren gedröhnt hat Hä? Oh, warte Kann ich Bob mir erstellen? Ah, warte, 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 warte Hey, schnell ist es auf Was los? So eine Scheiße Oh Hä? Wie soll ich den Lärm machen? Ist das bescheuert? Hä? Hier ein dekoriertes Ei Ich kann drauf rumdreschen Lärm machen? Brauche ich da Brauche ich jetzt ein Radio oder sowas? Machen wir mal, roh der ist Wenn die Ängel Ich kann drauf rumdreschen, warum ich nicht bin Ich kann drauf rumdreschen Ich kann drauf rumdreschen, warum ich nicht bin Ja, was für ein Lärm, Mann So eine Scheiße Ja, das macht überhaupt keinen Lärm, Mann Mann, Mann, Mann Ja, super, Alter Das ist voll die geile Angabe, gerade Also hauen wir jetzt das scheiß Eis kaputt Hm Äh, was hab ich denn da Ist alles für ein Arsch eigentlich Warte, warte, warte Was kann ich denn brauchen Nur Feuerwerk, ne Farbstoffe nur Bastler, Konstrukteur Koch, Schneider Ein Stück Fisch Okay, während ich jetzt nochmal nachschau, was ich jetzt machen muss Äh, bedanke mich jetzt, Boy, fürs Zuschauen Und macht's gut, bis zum nächsten Mal Servus